Herzlich Willkommen. Ja, ich gebe es zu. Ich habe seit gestern auch ein Tattoo. Ich habe mir einen 500-Euro-Schein auf meinen Schwanz tätowieren lassen. Warum? Ganz einfach. Erstens nehme ich gerne Geld in die Hand. Zweitens sehe ich gerne Geld beim Wachsen zu. Und drittens habe ich meiner Freundin versprochen, dass sie jeden Tag 500 Euro verblasen kann.